Die kriegen jetzt Wort von FUBAK. Das war Blödsinn, das war Blödsinn. Ruhe auf den billigen Plätzen. Das ist schon verschobt. So, FUBAK, los geht's. Ich war noch nie erinnert. Ich müsste mal zeigen, was man machen muss. Ja, wir waren gestern Abend. Du musst jetzt erstmal ein paar Murmeln in ein paar Schalen reinstecken. Nö, Bernd? Muss ich das auch machen? Nein, das reicht, wenn einer das macht. Ist egal, wer das macht. Bernd, willst du das machen? Gefäß. Dann kann ich mir das nämlich angucken, wenn das einer macht. Ich werde mir die Agro von den Räumen hier aufnehmen. Dann nimmt das mal einer, ist egal. Der Harry macht es. Weil ich das sehen will. Warte mal, bleib mal stehen, kurz. Ein paar Minuten, bleib mal kurz stehen, eine Sekunde. Ich will mal. Alter, Falter. Da müsste dann irgendwie die Corona-Segung machen. Ja, bleib mal stehen, da, wo du jetzt nicht bist. Ich stelle die ganze Zeit. Ich bewege mich nicht. Ach, du, das ist Harry. Entschuldigung, Max, tut mir leid. Weil ich gesagt habe, du so, Entschuldigung. Nein, Max, ich dachte, du nimmst sie ab. Harry los, geht los. Entschuldige, Harry. So geht los. Harry, nicht da ablegen. Hier runter musst du mich. Guck mal, Harry, kann ich doch gar nicht mehr tragen. Harry, ich habe wenigstens noch ordentlich gestöhnt gestern. Also einer trägt die Welt auf. Das ist auch. Wir bearbeiten. Einer trägt die Welt, oder wie? Bis ihm gefällt. Aber das ist doch mal, ne, Bernd, das ist schon mal ein guter Anfang. Der Heiler, das bringt schon mal was. So, jetzt gehen wir in den nächsten Gang rein da. Ich wüsste aber, dass Sie hier vorne am Eingang eine DNA-Probe abgeben müssen, ne? Ihr war mir hingespuckt. Gibt das auch? Das gilt. Okay. Besser als Uri-Probe. Oh, ich wollte es nicht sagen, Conny. Danke. Conny. Sorry. Nein, Conny, ich bin eigentlich begeistert. Ich habe es nicht gesagt. Das hat sie nicht gesagt. Aber sie hat das ganze Fünfte-Humschätze mehr, gell? Oh, ich liebe es. Ja, ich bin Gott nicht anders. Das war getriggert. Das ging wie Conny. Conny, Conny, sehr gut. Leute, das ist wieder der Oberhau. Das ist Psychologie pur hier. So, fertig. Können wir jetzt gehen? Der ist genauso durch. Aber Conny, das war sowas von getriggert eben. Es ging nicht. Ich habe gemerkt, wie mein Gehirn gesagt hat, nein, nein. Und da war es schon raus. Sag es nicht, sag es nicht. So, pass auf, Conny. Du musst sie dir vorstellen. Und ich, mein Gehirn hat gesagt, sag es nicht, sag es nicht. Und ich habe das so umschiffen können. Und du, puff, da hast du. Ja, das ist auch Conny projiziert. Wahrscheinlich, Conny. Also, es ist meine Schuld. Also, liebe Zuschauer, es ist meinem Hirn entsprungen. Und Conny war im Prinzip nur die Soundcard gewesen. Genau, das Sprachrohr, sozusagen. Oh, herrlich. Es ist schon wieder der Hammer hier. Geht los. Oh, geht los. Was ist da? Na, hier müssen wir auch eine Kugel hier an der Seite reinstecken. Hier, die Kugel, da muss eine Kugel rinnen. Und hier auch noch eine. Und die muss jetzt geholt werden. Wo, 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 wo holt man die? Von Kugelhausen. Erst mal gucken, wo eine Tür ist, die man mit dem Anselstab aufmachen kann. Du bist da, Kugelhausen. Da drüben. Wo ist denn die Tür? Man geht schon vor, da oben ist sie. Da ist ja nicht, schau. Da ist ja oft. Hier ist Klaus der Löwe. Na, Löwe. Ist die ganze Klaus? Die Tür kann man aber nicht aufmachen. Die wird nachher aufstehen. Das ist dann die andere. Wir müssen noch eine finden. Da ist noch eine, die aufsteht. Ja, aber die geht nicht. Ja, wir haben ja Zeit. Hier drüben. Ich hab's gefunden. Harry, wo ist bei dir hier drüben, Harry? Ja, wo bist du? Da, wicke, wicke. Da oben, da ist drüben. Da, da. Ach, da, Harry. Ja, jetzt. Wo ist denn da? Wo ist denn Harry überhaupt? Wicke, wicke, ja. Da unten. Wicke, wicke. Wicke, wicke. Da hinten ist Harry. Ja, da wicke. Harry, mach bitte auf, ja? Darf ich? Ja, darfst du? Achtung. Scheiß sie auf, Harry. Nee, ich hab's. Oh, das war woanders. Ich hab, aber ich hab trotzdem gehört. Ja, cool doch. Jetzt müssen wir hier weiterkämpfen. Das ist ganz schön. Da ist der F5-Stein. Ja, topf. Ja. Da ist der F5-Stein. Und hier ist eine niedliche... Das Sticks. Wacker Schiefe 2, Leute. Die zwei Sticks. Da muss man zuerst mal in den Gran Corpus. Da kostet die Musik. Das finde ich gar gut. Das ist nur einer. Das ist... Das ist interessant, das. Drei Stück, ne? Ja, kein Problem für die Vorarbeitung. Also Erik, dein Heilstab ist ja wohl die Krönung, ne? Ja, cool. Ohne denn... Schaut's nicht so schön aus. So, darfst du euch einmal heilen dazwischen? Also nicht heilen, sondern reparieren. Ach so, blässt du es einen Dungeon. Ach so, geht los. Da, F5-Stein. Ah ja, das ist... Reparieren muss man hier nicht... Ja, hast du recht. Ja, habe ich gestern auch versucht. Dann habe ich gesehen, ja stimmt der Dungeon. Ja, ja. Ja, ihr habt was vergessen. Posten. Ach so, hat Erik recht. Oh. Wie oft? Einmal? Nee, dreimal. Dreimal, ja. Dreimal, okay. Wird nicht verzählt. Gut, los. Erik, Foto habe ich schon gemacht. Ja. Ach so, und jetzt? So, alle reinkommen hier, alle reinkommen, Arena hier. Erstmal die Kleinen wegmachen. Und dann den Ding. Ein Hotari hast du ja. Hotari. Die scheiße Brune hat uns auch genervt. Ah, das ist auch... Das ist ein... Sammohol. Sammohol? Nee? Alle da. Alle da. Ah. Ich kann nicht. Ich kümmere mich um den Ding. Da jetzt aber. Passt. Dankeschön. Schau, wie du liebens kocht, ob ich jetzt. Harry, jetzt war es einer der Firma. Im meisten Sinne des Wortes. Perfekt, Leute. Ich habe leeres Herz der Ahnen gekriegt und eine sportliche Hose. Eine Jogginghose habe ich gekriegt, eine legendäre. Ja, aber eigentlich drückt man das hier. Hier ist ein dicker, ganz dicker. Ach, die scheiße. Torsten, komm mal hier runter. Hey, Klaus! Oh, oh. Schuhlaner. Achso, das ist der Schuhlaner. Das sind zwei. Ja, das ist der Schuh. Ich sag gar nicht. Gibt da nicht mehr. So, okay. Schau mal, wie die Aska hier sich auf die Haut spürzt. Das ist ein dunkler Häuter. Ich kann mich irgendwo in Sekulär finden. Deswegen mache ich es auch weg. Da fällt einer. Ja, Bernd, hast du heute ein Haus geschlüsselt mit? Harry, wo bist du? Nee, doch, wo wir hin müssen. Na, stopp, 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 warte, zurück. Harry ist da oben. Harry, wo steckst du? Auf der Druckplatte. Harry ist auch eine Druckplatte. Hier kommen wir euch zurück. Achso, da ist eine Kiste. Hier ist eine Elite-Truhe. Oh, da ist eine Kiste. Harry, komm erst mal runter. Hier ist eine Elite-Truhe. Und was für eine alte Falte. Hier gibt es die besten Sachen. Ja, das ist eine... Da gibt es... Wer hat doch die Pflanze da abgehakt? Wer war das schon hier? Einen roten Trank. Wer hat doch schon wieder einen unruhigen Mausfinger gehabt? Wie, warum? Ja. Unruhigen Mausfinger. Ja, das ist auch zweideutig. Und das in der wilden Spalte. Also ist egal, was du gesagt hast. Das ist eher alles falsch. Scheißegal, ja, genau. Hallo, wir kommen. Harry, wir sind gleich da, mein Bester. Harry. Er ist schon durch. Wo ist der F5-Stein? Wo ist durch? Da? Nee. Wo bist du? Da rum. Da war am richtigen Weg. Harry ist am F5-Stein. Nee. Das ist immer falsch. Diese Druckplatte. Ah. Und jetzt? Ah, einfach draufstehen. Ja, du musst dir nur draufstehen und dann kannst du alles sehen. Ja, rumgehen. Das müssen wir jetzt machen, Harry. Gehen wir rum um die Ecke und dann draufdrücken. Wir müssen stehen drauf. Dann geht eine Tür auf. Achtung. Brüche. Findet die Kugel der anderen, bringen sie zu ihrem Gefäß am anderen vor. Wo ging das jetzt auf? Weiß ich nicht. War irgendwo da unten. Aha. Na klar, hier. F5-Stein. Da? Da unten, ne? Die Tür auf. Ah, der ist offen. Der ist offen. Der ist offen, klar. Kommt vor und zu. Da gibt mir jetzt die Tür öffnen. Nee, oh Gott, ach so. Ah, Treppe. Ja, Achtung, Treppe, oh Gott. Ich muss eine Pause machen. Ja, warte mal, warte mal auf Threadlight, warte mal. Ruhle dich erst mal aus, mein Junge. Ruhle dich erst mal aus, mein Junge. Ja, da setz dich ein bisschen hin. Ja, setz dich rück mal ein bisschen hin. Nein, ey, ich kann nicht verstehen. Sag, jetzt geht's schon wieder auf. Mammel. Mammel. Ja, du nimmst die Mammel. Der nimmt die jetzt, Harry nimmt die Mammel wieder. Ja, da ist das, das hat's gerade getwittert. Da ist, ja, genau. Ruhle dich, mach mal die komischen Pilsen weg. Ja, die brauchen eh nur einen Schuss. Ja, ne, der braucht mehr. Verwälge, du Pflanze, du Aufschreie. Ah, da muss man sich auch verlieren, okay. So, jetzt müssen wir uns am nächsten Tür gehen, da sind wir noch erinnern, dass die wohnen, bevor das Kaffee war. No? Wir haben ja gestern schon mal geguckt, hier, wir haben ja schon, was du gestern auch mit, ne, Harry? Ja. Wir haben ja hier noch schon mal looki-looki gemacht. Ah, na, ich kenne mich schon gar nicht mehr. Ich kenne mich schon mal, ey, Sammer. Ja, gut. Du trinkst, oder? Harry, du darfst. Gib dir das? Ja, ich muss dir nämlich immer Screenshot dann, wenn Harry, äh... Oho. Ah, der Fünfstein, Leute. Oh, ist das gut? So, mal, kicken wir auf die Pils. Oh, ja, Achtung, hier fällt die Lücke von irgendwoher. Ja, hier fällt die Lücke von oben runter. So, was ist das? Ich bin gewandert, jetzt haben wir euch drüber gegangen. Ah, ha, ha, ihr müsst auffassen, äh, äh... Ich renne ja zick-zack. Ja, Enrique, da kommen Steinfelsbrocken von oben runter, ne? Ich renne ja zick-zack. Und das ist nicht überlautig. Da ist nicht, da ist nicht da drauf. Ich schieße am hinten rein. Nee. Da ist ein bisschen Mund-Geruch, ja. Der Rink-Krapp-Rasserkamm-Geruch. Au, verdammt. Bleib mal stehen, Junge, ich muss mein Foto machen. Auf, 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 auf. Der ist unerledigt. Da geht irgendwas frei aus. Ja. Da geht den übrigens. Das sind... In seinem Wort ist ein Loch. Doch, da liegt ein Loch. Hab einen Säcke da gefunden. Hast du Sackal gefunden? Ich auch. Sackal. 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 Sperren-Konstitutzi. Was hab ich denn hier für'n Teil? Geschick, Intelligenz, das hilft bei mir nicht mehr. Ach ja. Und Geschick, das bringt nix. Das ist nur Kugel. Kugel-Konstitutzi. Was sag'n? Tschüss. Also ich hab' hier... Oh, ich hab' hier so viele Sachen... Oh, ich hab' hier so viele Sachen... Warte, ich will auch mal gucken. Oh, das war aber. Guten Tag. Guten Tag. Die kann noch... Die kann schießen, die Fresse. Hab' ihr gesehen, die hat eben... ...Dauerfeuer gemacht. Ja, die schon. Die macht ja zu. Wie spinnt der, oder war's? Kann sich heiern, ob ich ein Bündnerfleisch machen. Äh, ich hab' zu... Äh! Ja, ja, ich hab' schon... Das ist Kriegeplatz. Ich hab's schon erledigt. Ich hab' nun mal einen Affen, da. Da ist er, das ist ein Boah! Ja! Die sind aber lieb, die Affen. Hm, total. Ja, was sind sie? Ja, was sind sie? Ich hab' hier... 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 Haha. Ich hab' hier... Ich hab' hier... Ja, ja. Hä? Hä, wieso... Ich hab' hier... Ich hab' hier einen Schaden. Schau, schau, ich hab' hier einen Schaden. Ja, schau. Dauert... Dauert halt ein bisschen. Oh, wambus! Achtung, das, was ich... Ah! Manni! Schüller? Bup-nyein! Hoppla. Das ist Manni. Das ist Manni. Hoppla. ich habe die strumpfhose des berserkers gekriegt mit straps und dann so ein bisschen ich krieg das immer noch nicht mit der probe raus bei conny ich bin begeistert das hat von dieser rückzug träger co-trigger sind wir mit denkt daran die zeit läuft ab das spielen muss nicht lang das ist nur für insider ja am besten die viecher nicht vorher anhält weil wir haben sich die mal erst hin wegen aggro auf sich ziehen genau während nämlich die hohe aggro ja ja ich hätte schon so gewissen naja weil zwischendurch auch mal einer ausrunde hab ich gesehen habe ich da ist ja schau wie heißt das f5 stein f5 stein ja da ist die tür jetzt aufgegangen denk dran die höhle stürzt zusammen hier also wenn du so eine klamotte auf dem kopf dann bist du erst mal ein bisschen besinnungslusten schüttelt sich habe ich habe das von gestern schon wieder verdrängt bernd habe ich schon habe ich nicht wochen schaden haben wir alle jetzt wo sie sind das ist ein bisschen erleichtert ist ein maradeurs zeichen so mit dem fingertruft ziehen so also ich wünsche euch viel erfolg übrigens man kann die treppe hochgehen ich werde das von oben beobachten und euch zu pfeifen du spinnst dabei wir machen ihn platt jetzt wo ist der spieler nicht mit hat oder was alle rein alle rein alle rein so soll es sein wie stark ist der der ist nicht stark der macht kaum schaden überhaupt kein danke erik also überhaupt kein also fast überhaupt nicht der geht jetzt erstmal richtig ab vor allen dingen macht feuer schaden vor allen dingen macht feuer schaden dankeschön warum habe ich da so ein target drauf ja dann hat er sich in dich verknallt ja schau's was ich bin gott tot heile heile was heißt heile wir sind alle gestorben wieso bin ich und wieso stehe ich hier alleine drin weil wir an feuer schaden schutz brauchen ich bin der einzige der hier überlebt hat dankeschön bitteschön gesundheit gibt es einen titel für überleben ja überlebenskünstler aber den habe ich sogar schon den titel charakter warte mal was steht hier wie hat das schon brach der folge überlebenskünstler naja nützt nichts rein 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 wir müssen andere taktik machen überleben einfach nur überleben wir müssen einfach alle überleben Leute das ist eine gute taktik ne und seid ihr weitergekommen harry erik 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 muss in deckung bleiben ja super das war gut jetzt eben wach 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 alter rauch kannst du mir nur lassen wieso bekomme ich immer weil ich am meisten schaden dankeschön dann geht's her achso da ist ja eine heilung wir haben schon 10% wir haben schon 10% die 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 das die 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 Mistliefe muss aktiviert werden. Was muss aktiviert werden? Mistliefe. Und warum aktiviert werden? Wie geht das? Einfach reinstellen und E-drehen. Ja, woher weißt du das? Weil ich das bei der Före-Liefe gerade gemacht habe. Vielleicht müsst ihr von uns das Ding aktivieren. Ja, ja. Gut, muss man wissen. Wieso sagt man das jetzt keiner? Ich komm nicht mehr rein. Ich komm nicht mehr rein. Du drückst dich? Nee, ich bin tot. Ich steh vor der Tür. Ich glaub, ich glaub, erst das. Äh, ja, ich versteh das. Nee, das ist meine Hose gewesen. Entschuldigung. Wir sind heute echt gut drauf. Ich will rein. Ich will rein. Verliert mir zuschauen, sofort. Doch, oben gehst du rechts die Treppe hoch. Und dann kommst du auf so eine Tribüne. Ah, ja, okay. Kann man den Hund rufen? Leider nie. Hey, spannend, cool. Was? Ach so, dann muss man das aktivieren. Und dann? Irgendwie hat das mit dem Heilen nicht funktioniert, ne? Weil wir alle so durcheinander reinen, wie die abgeschäckten Händeln. So eine Glühfe, die kann ich noch nicht aktivieren, Harry. Wie kann man das? Das ist immer wieder. Guck mal, ob das gewesen ist. Ach so, danke Harry. Heiler ist auch raus. Wo ist denn der Heiler? Ach so. Komm raus zu mir. Ah, da bin ich dann tot. Ach ja, guck, er ist tot. Wir leben ernst, was. Warte, vielleicht kann ich von oben wieder rumheilen. Na, geht nicht. Kommst du nicht durch. Kommst du nicht durch. Oh, uns kannst du halt wieder. Okay, gehen wir wieder runter. Das war's. Gut. Okay, was machen wir falsch? Ich mach das mal anders. Ne, erklär doch mal, dass bitte die Glühfe, das hab ich nicht gewusst. Bitte. Harry? Harry? Ich hab bloß gesehen, sobald der an so eine Glühfe rangeht, aktiviert er eine Welle. Ja. Die Feuerwelle. Und danach kannst du dann dort rangehen und das Ding... ...deaktivieren. ...selber mit dem... ...mit dem Atostab aktivieren. Und dabei kriegst du ein Feuerfeld. Und willst du es damit, mit dem Feuerfeld? Wahrscheinlich müssen wir... ...vier Leute von uns, jeweils, so ein Feld aktivieren. Und dann müssen wir das zusammenbringen. Auf den Tropf. Ah, okay. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, probieren wir es mal, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, Harry, die Idee ist gut. Die Theorie, da gehe ich jetzt mal mit drin. Ja. Das ist das klappt. Das ist das klappt. Das ist ein riesen Knall und der mörderisch ein Lebenskraftvorgel. Ja, wir probieren es aus. Ja, klar. Also, wieviel gliefen Santo d'O? 2 sehe ich hier. Ich sehe uns 2. Wir sind da, ne? 4 Stück, ne? Wir sind da, ne? Wir sind da, okay. Okay. Also hier, links. Feuer, Eis, Blitz. Und, und was ist das andere? Latoa, ne? Die 4, die 4. Während der Tank, während der Tank sind mit dem Spiel sozusagen, oder? Ja. Okay. Ich spring hier zu denen gleich rechts. Okay, dann nehme ich den übernächsten. Ich nehme links. Dann möchte ich den übernächsten. Ja, ach so. Ich will da was anderes aktiviert, wenn der auffällt. Ja, rein, rein. Alle mal rein. Alle mal rein. Harry, komm rein. Threadlight, komm in. Come in and find out. Gut, geht los. 3, 2, 1, Aktion. Na, Harry, furcht. Sagt den an, oder? Ja, ja. Achtung, der hat die Witze. Ja, genau. Das hat er Feuer gemacht. Ich kann das aktivieren, oder? Ihr könnt die ausschalten, oder was? Ja, wahrscheinlich dauert das erst, bis er die Aktion verhält. Oh, nein! Also, vielleicht hiebt der am stehen bleiben, oder so. Keine Ahnung. Oh, schau, ey. Was? Ja. Ich bin dabei. Oh, genau, jetzt. Jetzt. Oh, sie schlossen. Jetzt hast du das Feuerding ausgemacht. Ja! Ich mach mir das Eisding an. Achtung! Wann kann ich das anmachen, hier? Sobald er seine Aktion verhält. Irgendwie schnell das ist doch. Sie können mich! Hat's doch nicht vergessen. Hat das beendet! Können wir angreifen? Ich mein... Ich hab nichts angreifen. Ah, jetzt geht's jetzt, Eisgriefe. Ja, hast du das gesehen? Aber jetzt bin ich tot. Ich glaub ich hab's, ich weiß wie. Kann man bitte überheilen? Ich komm schon. Danke. Wie geht das? Erklär. Voll überleben. Überleben, das ist ja ein guter Trick. Ich versteh dich nicht. Jetzt wieder. Ich bin selbst. Ich bin gebannt. Wow, was war das? Was war denn das? Ich bin voll kalt gewesen und dann fahre ich Bumm tot. Ja, ist so. Der Affe wäre ein Ja-Kampf, also Tank. Achtung, die Scheibe! Bin durch! Ja, ich komm ja schon, Harry. Nein, ich lieg mich, was ich bin draußen. Hinter mir, ich hab das auf dem Dropgelenk, dass das... Wie und durch den Affen, durch geht. So, wer ist jetzt noch tot? Dahinten, der Stick is down. Ich bin draußen, ja. Ein ich hier in irgendeinem Feuerring drin. ich habe hier alle kann ich noch retten hier alles tot was ist das hier irgendwas ist mit meiner figur hier was zu viel gegessen durch bei euch mach mal ja er kommt durch der heilkreis ja die taktik ich verstehe sie nicht also ich auch nicht und der heilkreis kommt ja und ja und dann zieht immer dieses dorf das auf